Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Karrieremodus mit Liverpool. Wir sind heute im Capital One Cup gegen Arsenal unterwegs und ja, ich hoffe, euch wird es gefallen. Es ruckelt gerade bei mir noch auf dem Rechner, weil das Spiel, wo gerade jetzt noch fett geladen wird. Aber ja, das ist kein Problem. So warm gemacht. Die Pässe, seht ihr, sind bei mir nicht so optimal. Oh, Treffer. Okay, die Richtung treffe ich. Die Richtung treffe ich nicht. Oh. Oh. Oh, falsches Po. Und auch daneben. Okay. Super, super, super. Warm gemacht. Haben wir uns jetzt Emirates Stadium. Okay. Und ja, ich hoffe, dass wir ein Ziel gegen Arsenal durchsetzen können. So, Edin Dzeko im Tor. Im Tor. Ja, genau. Im Sturm. Wellcourt auf rechts. Wellcourt. Das wäre vielleicht nochmal eine mögliche Verstärkung für uns. Noch eine Pace-Ruhrer. Wir gehen hier auf hohen Druck. Und ein bisschen offensiv. Fand ich bisher auch mit Bayern als beste Option. Oh, Sterling. Sterling. Und verzieht. Ja. Hätte ich noch ablegen können. Sturridge hat da ganz gut auf jeden Fall aufgepasst. Hätte er vielleicht sogar noch den Ball zugespielt bekommen können. Ist auf jeden Fall spitzenmäßig mitgelaufen. Okay. Also hier im Capital One Cup haben wir es natürlich etwas schwieriger. Lallana. Mit dem Fernschuss. Es gibt hier die Ecke. Okay. Also wir machen hier schon mal keine schlechte Figur. Pogba mit dem mit dem langen Ball da in die Mitte. Kam nicht ganz optimal an. Es gibt Einwurf jetzt hier für Arsenal. Angeblieben. Pille geholt. Coutinho. War das überhaupt für Lallana? Ich weiß es gar nicht. Jetzt zumindest war es Coutinho. Ich glaube, ich habe den gerade auf der linken Seite mit dem Schuss von Pogba. Ich muss mich jetzt gerade erst an die Gesichter gewöhnen. Ich habe eben gerade fünf Folgen mit Bayern gespielt. Und ja. Ich versuche jetzt hier nochmal zwei, drei Folgen mit Liverpool aufzunehmen. Und es gibt Einwurf oder Freistoß. Okay. Freistoß hier für Arsenal. So. Mario Balotelli. Eigentlich muss der in die Richtung gehen. Nicht so weit da hinten stehen. Und ja. Damit hat keiner gerechnet, dass der Ball dahin geht. Und dann laufe ich am Ball vorbei. Scheiße. Oh 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 oh. Da bleibt er hängen an seinem eigenen Mann. Pogba. Auf Sterling. Ne. Auf Balotelli. Oh man. Die sehen alle gleich aus von hier oben. Ich kann immer nur ganz schlecht die Nummer sehen. Gut verteidigt. Schön. Und jetzt heißt es ab und nach vorne. Jungs, ihr müsst mitlaufen. Optimalerweise. Aber ja okay. Sterling hat. Starry hat kein Problem. Da jetzt den Abschluss noch zu finden, wird von Koscielny nochmal ein bisschen zugestellt. Und hat dann probiert da mit dem Finesse Shot da irgendwas zu machen. Aber das sah nicht so gut aus. Jetzt gibt es hier die Ecke. Pogba noch einmal. Und verzogen. Schade. Nummer 18 ist, keine Ahnung, in der Mitte gab es eine kleine Verletzung. Oder zumindest lag einer auf dem Boden von Arsenal. Aufgepasst. Spannende Partie auf jeden Fall bisher. Koscielny. Oh. Das ist ärgerlich, wenn der IV, einer der wichtigen IVs, sich da verletzt. Ist natürlich für uns zum Vorteil. Gut. Ich müsste mal versuchen, noch ein bisschen mehr mit Doppelpässen zu arbeiten. Moreno. Ball kommt nicht an. Die Nummer 7 kann sich durchsetzen. Oder was? Die Nummer 2. Die Bouchy. Oh. War auch nicht so geplant. Also, ich bin noch gar nicht so richtig drin. Ich bin hier mit Liverpool. Die ganze Zeit mit Bayern gespielt. Und jetzt gucke ich mal, ob wir das hier über die Bühne bringen können. Locker und flockig. Sollte ja irgendwie zu machen sein. Schönes Zusammenspiel. Ja, kommt da irgendwie nicht mehr ran. Wechsel ausgesehen. den Spieler auch noch weg. Der zweite Mann, den ich da gesehen habe, bleibt natürlich stehen. Fieses Ding, ey. Richtig fies. Okay, Balotelli. Mario Balotelli. Oh, der war aber richtig knapp. Er vollendet hier mit Posteneinlage ins Tor. Boom. Und auch wieder bin ich am Ende richtig langsam geworden, weil ich mir einfach Zeit lassen wollte. Vielleicht hätte ich noch einmal sprinten können. Hätte ich das gemacht, wäre ich vielleicht zu nah am Torwart gewesen und hätte den rausgelockt. Der wäre raufgegangen, hätte den Ball geblockt oder sonst irgendwas. Ich denke mal, das war schon ganz okay. Mario Balotelli macht hier den Treffer. Wunderbärchen. Und Rositzki ist auch noch verletzt. Das ist natürlich zusätzlich ärgerlich. Arsenal hier mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Woran liegt das? Sind sie nicht frisch? Oder ist irgendwie mein Spiel zu rau? Oh, nee! Sturridge! Was machst du? Da hätte ich eigentlich gerne das 2 zu 0 gesehen. So knapp 4, 5 Minuten später. Mann! Wäre auf jeden Fall sehr verdient gewesen. Wir haben uns gut durchgesetzt und na gut, es ist ein bisschen gemein, dass Arsenal hier so viel Verletzungspech hat. Okay, da waren wir irgendwie dran. Sterling, das ist deine Seite. Okay, da kommen wir schon mal nicht mehr richtig ran. Okay, 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 okay. So ein 1 zu 0 ist immer super unsicher, finde ich. Also du hast zwar deinen Führungstreffer, der Gegner muss jetzt erstmal kommen, aber, ja, sehr schön. wenn er sofort wieder dran ist, es ist, also, wenn er einen Treffer macht, ist er sofort wieder komplett dran. Das Spiel ist wieder, ja, wie am Anfang und deswegen müssen wir eigentlich am besten noch ein zweites Ding hier heute drauflegen oder jetzt erstmal eins drauflegen. Woher müssen wir uns drauf konzentrieren, dass Arsenal nicht den Freistoß hier gut nutzen kann. Wo könnte der Ball hingehen? Ich sehe schon, er lauert hier die ganze Zeit. Versuche mich hier so dazwischen zu stibitzen. Und trotzdem kommt er da ran. Ist aber auch ein Riese, der Checo, ne? Gegen Läuferin durchaus ein Riese. Okay, gut abgewehrt. Dann Bleiben. Kommen wir nicht hin? Okay. Achtung, Nummer 14, das ist, wer ist denn das? Nummer 19, Kachsorla. Okay. Wo ist eigentlich der Lukas Podolski? Lukas Podolski. Jetzt seht ihr, hier wird es gerade eng. Mach den weg! Wack! Ich drück hier stundenlang und ich mach nur äh, 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 äh. Da, Ball! Weg, 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 weg! Ha! Scheiße! Da ist es jetzt passiert. Ja, kommt, Jungs, spielt mit. Mann Das regt mich tierisch auf Wir haben da die ganze Zeit Das Zepter in der Hand Und plötzlich können sie den Ball nicht wegspielen Dann kriegen sie die Pille da hin und ich raus Schaut es euch mal an, 2 zu 8 Schüsse Und wir haben dieses scheiß Tor drin Nicht so viel rumbotzen Ja, aber es ist doch wahr Das darf überhaupt nicht passieren Kommt schon Okay Ach, geh doch raus Zeit an Ja, hier, spiel mich an, da hinten Aber steht da auch 8 Kilometer im Abseits Junge, denkt doch mit Ja, ich hätte ihn auch vielleicht nicht anspielen sollen Aber ich dachte, er kommt jetzt mal irgendwie zurück Habt da keine Zeit, irgendwie ewig abzuwarten Jetzt ist natürlich der Druck da Jetzt ist der Druck da Ja, weiter, komm Okay Jawoll Eigentor Den konnte er einfach nicht stoppen Oder dass er ihn nicht stoppen kann, ist richtig doof Den hätte jeder Spieler Egal welche Bundesliga Oder welche Liga überhaupt 18. Liga hätte den gehabt Debuchiv Verkackt So hart war der natürlich nicht geschossen Ärgert er sich Aber jetzt auch mal für uns Wieder ein bisschen Glück Mit dabei Wir haben den Ball vorhin nicht weggekriegt Weil wir einfach echt Tierisch doof uns angestellt haben Und jetzt machen wir Drücken nach vorne Wir haben es auch eigentlich verdient Wir haben hier schon so viele Schüsse gemacht Da muss auch eigentlich mal So das letzte Endchen Glück für uns dabei sein Ah 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 Komm Oh Chico Jetzt aber richtig drauf Okay Moreno Oh Oh Der war hart Der war zu hart Okay Einwurf Arsenal Macht uns das Leben nicht Wirklich einfach Aber eigentlich hätten wir hier gerne auch schon Viel besser dastehen müssen Super Ah Okay Haben sie natürlich schön geklärt Der Torwahl kommt dort Rechtzeitig raus Oh nein Warum denn 2 zu 2 Shit Mesut Özil Gerade Eingewechselt Und dann macht er das Ding Alles richtig gemacht Müssen sie sagen Sterling Coutinho Unfresch Okay Was machen wir da La Cassette La Cassette Kann du überhaupt rechts spielen Jo Kann er Coutinho Ähm Hm 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 Jetzt wird es natürlich echt Rickelig Ähm Ähm Döhm 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 Hm Ähm Ähm Henderson Hm Emre Can Okay Wir wechseln jetzt auch Achtung Wir suchen jetzt hier Schöne Bälle zu spielen Das hat schon mal nicht geklappt Mit dem schönen Ball Eher so ein bisschen Rumblödeln ne Rumdödeln Okay Misut Özil Jo Einwurf für Arsenal Oh ne Scheiße 68 Minuten gespielt Ich hab keinen Bock auf Verlängerung Das darf nicht Das darf überhaupt nicht passieren Wahrscheinlich mal Casola ihn noch direkt rein Ne Hat er Okay Nein Wie kann er den nicht reinmachen Wir haben ihn Ach Konzentriert er bitte Eigentlich hätte ich den machen müssen Tor war frei Und so ein Schuss aus der Entfernung ist Auf leere Tor eigentlich für Die wenigsten Spieler Ein Problem Würde ich mal sagen Also Wenn du nicht gerade jetzt irgendwie aus der Provinzliga kommst Keine Ahnung Okay Schade Hätte gerne der Ausgleich Der Führungstreffer sein können Ich dachte gerade Dass wir 2-1 hinten liegen Aber es ist ja noch 1-2-2 Einwurf Wir machen hier auf jeden Fall Sehr viel Druck Like a set Okay Danilo Kommen wir nicht ran Wir machen auf jeden Fall Viel 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 Harte Arbeit Nein Zu kurz Zu kurz Okay Arsenal Ja Gibt wahrscheinlich jetzt hier nochmal eine Karte oder sowas Ne Gibt's nicht Gut Oh Mann Shit Jetzt sind sie da wieder bereit Durchzubrechen Oh 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 Gut Ja Nein Was mache ich denn da Zu unsicher Viel zu unsicher So Unsicherheiten dürfen nicht passieren Ich hätte wahrscheinlich einfach abziehen müssen Auf der Ecke spekulieren Und dann Ja Versuchen mit dem Kopfball oder irgendwie so das Ding reinzumachen Super Daniel Sturridge Boom Neunzigstel Treffer Das ist ärgerlich Für unseren Gegner Oh Mann Oh Mann Oh Mann Den Konter da mitgenommen Boom Özil ärgert sich echt Ich glaube der ist sehr enttäuscht Mann 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 Doch noch geschafft hier in der 90. Minute Abwehrriegel Jetzt ist der Abwehrriegel gefragt Einfach bitte das Spiel beenden Oh 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 mein Gott Oh mein Gott Jetzt wird's aber Jetzt wird's aber richtig haarig Komm Pfeif ab In allerhöchster Not haben wir das Spiel hier noch gemacht Alter Schwede Das ist wirklich sehr sehr lucky gewesen Ähm wir hatten auf jeden Fall mehr Schüsse aufs Tor Ein Mehr Schuss Weniger Ball Besitz Zweikämpfe Viel mehr Foul Ecken Aber sehr schlechte Schussgenauigkeit Okay Sturridge hat uns am Ende das Ding nochmal gerettet Wunderbar Damit sind wir jetzt hier weiter Ähm ich weiß gar nicht Äh Wen wir dann als nächstes kriegen werden Wird vermutlich genau wie im D4 Pokal auch ausgelost werden Ihre Leistung Ähm Ich möchte mir Wertschätzung für hingebungsvolle Arbeit für unseren Verein aussprechen Okay Geänderter Termin von 2. Dezember auf 23. Aha Preisgeld Was? 5000? Das ist ja richtig lächerlich Okay Wir haben's jetzt ähm Oktober Haben jetzt ein Spiel erstmal gegen Äh Gegen äh Newcastle Danke Chef Wer sagt das? Lovren Achso Okay Super Ja dann werde ich mir jetzt mal überlegen Wie wir unsere kaputte Mannschaft Kaputte Kaputte Mannschaft Äh Hier wieder mal ähm Hirsch in Form bringen Nächstes Spiel gegen Newcastle Ich sage danke fürs Einschalten Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Macht's gut Tschüss.